Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Herzlich Willkommen zu eurer Jugendfeier! Das Leben ist so anstrengend und stressig genug ganz oft. Und an dem Tag wird einfach nach vorne geguckt, optimistisch in das Leben geguckt. Glücklich sein ist eine Reise, kein Ziel. Und es gibt keine bessere Zeit, um glücklich zu sein, als jetzt. Und es ist immer jetzt. Und deshalb, lebe und genieße jeden Augenblick. Jetzt. Ein Lob auf euch, auf jetzt und ewig. Auf einen Tag, unendlich gleich. Liebe Jugendlichen, lasst euch nicht stressen. Wenn euch Leute fragen, wie fühlt ihr euch heute? Fühlt ihr euch jetzt erwachsen? Was wird aus eurem Leben? Was wollt ihr später mal machen? Gönnt euch einfach zu sagen, keine Ahnung. Lass uns nicht zulassen, dass Rassismus, Faschismus... und erhebliche Art von Diskriminierung an Macht gewinnt. Leute, ihr seid die Zukunft. Deswegen lasst uns diese Welt wieder zu einem besseren Ort machen. Peace. Meine Botschaft an die Jugendlichen ist, dass ich volles Vertrauen in sie habe, dass sie die Welt wieder ein Stück weg besser machen und dass sie ihr Leben genießen sollen und ihr Leben gestalten sollen, so wie sie wollen. Und ich freue mich, dass die Kinder nun entlassen werden, ins Entwachsenleben und haben ganz tolle Ratschläge mit auf den Weg bekommen. Wunderbar, eine fantastische Veranstaltung. Es war ein unglaublich schönes Paket. Es hat alles gestimmt und die Show und die Kinder und die Erwachsenen und die Party und alles. Also spätestens beim Finale merkt man, wenn die alle aufspringen und wirklich stehen und mitsingen und mitklatschen. Und man sieht den ein oder anderen mit dem Taschentuch irgendwie schnell mal versteckt irgendwie ein paar Tränen wegtupfen oder so. Das sehe ich sehr genau. Und das macht mich glücklich, klar.